1.800 Kilometer Auch hier mit Sicherheit Es wird die Spannung gleich ganz groß sein Wer als erster die Nase vorne hält? Mike Volkma Oder vielleicht auch Bückler Bündel Es sieht nach Bückler Bündel Mike Volkma Mike Volkma geht als erster in die unteren Kurve Und der Bündel Und der Bündel Und der Bündel So dass er sich sofort Den Herzenplatzteil rausgekippt hat Bündel Aus Schiesel Vom MSC Eichenring Aus seinem Rallygolf Ist er hier sofort Auf Platz 1 vorgekippt Zweiter Mike Volkma Und beim Heinz Scharpenberg Dann ist Gunze Schiebe Bündel In Führung mit Bündel Aber vorne Da ist er rote Gröl Von Güterküche Wie gesagt Ich sehe ihn jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier, das heißt, er ist schon mehrere Leute geboren, aber dieses Jahr kam er zum ersten Mal auf den Grundpöferin. Er ist eigentlich schon ganz früh Gartenberg am Start vom Ziel. Ein Runde jetzt noch, Günter Willink, so hätt ich mich auch schon da besiegen. Da kommt der Hosekoll, blitze, blank und glitterfrei ist Günter Willink mit seinem Auto hier und er ist verdammt schnell unterwegs. Rohrmeich Volkmar und Heinz Papenberg. Und dann kommt der Hosekoll, was wir uns jetzt vorbeigegangen haben. So, wir warten auf den Zielanlauf, das Schwarz-Weiß-Gerätztuch, wüsste jetzt eigentlich gestreckt werden. Und dann kommt der Zieler, Künstler für den gewichtigen Lauf, Rohrmeink-Multmaar und Heinz-Hartenberg und dann kommt die Schiene. So der Zielerlauf in der Klasse 6.